Dann ist unser Gebiet ja schon mal gar nicht so klein. Ja, nein, so. 499. So, mal ein bisschen Zufriedenheit, ne? Aha. Ich kann mal durchgucken. Da. Ich kann mich nicht irgendwo Zufriedenheit kriegen. Sie gehen die meisten von... So. Was ist denn los? Die Stadt. Das läuft. Okay, steigt wieder. Das ist natürlich sehr schön. Wie weit ist denn hier unser... Hitler 6 Züge noch? Du hast in vollem Hörer ein verfluchter Segen. What? Och, nö. Okay. Ach so, ich dachte, das wäre... Oh Gott sei Dank. Ich dachte, das wäre gerade die Mission, die wir hier machen wollten. Mmh. So. das können wir noch mal machen wachtturm können wir vielleicht auch über ihre aufstellen beruf meister blöd wo ist die lente folgt das gefällt mir nicht wie lange brauchen wir denn da noch 43 prozent ich wollte automatisch blöd muss ich mir dafür bin ich noch nicht bereit das zu verstehen wie man hier am besten vorgeht boah alter die 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 Ja, bauen wir hier die nächste Stadt. Zwei da rein, wie gerecht. Okay. Die Stadt hat den Weinextraktor fertig. Ich glaube, die waren es, ne? Also, Wachtturm wird da gebaut. Ruhm des Imperiums. Ich spiele garantiert das Spiel total falsch. Naja. Ich denke mir auch die ganze Zeit, Armeen kann ich immer noch bauen, ne? Aber ich glaube nicht. Doch, kann ich eigentlich noch. Aber ich weiß nicht, ab wann es hier wirklich in die heiße Phase geht. Blöd, wo sind unsere Kollegen vom Off-Raum-Kommando denn hin? Da. Hm. Siedler. Oha. 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 Boah, alle aufgestiegen. Geil. Gucken wir mal diese Dinger hier. Gucken wir gleich Vorteile, ne? So. Die sind noch voll dabei. Geil. Äh. Achso. Geil. Hier können wir unsere Winter... Okay, wir können nichts machen. Schade. Lika. Höh. Höh. Ähm. Ähm. Ich muss nochmal gucken, ob wir irgendwelche assimilieren können hier. Ähh. Ah. Ich bin, ja war klar. Ich bin ganz unten. Oh, ich habe das Geneschaut bei Steam gemacht. Das wollte ich nicht. Das war die Taste F12. Assimilieren. Ja, beendet Zug. Wettet das Spiel kann man richtig schnell einspielen. Und ich kriege hier einfach nur nichts gebacken. Gut, der erforscht. Oh ja, die können wir auch noch hier holen. Hä, was sind denn die Aufträge? Was ist denn die? Ach so. Ich möchte den denn woanders hinhaben. Äh, okay. Was auch, dann können wir ja immer die Scherben. Habe ich die Waffe jetzt schon bekommen? Habe ich doch noch gar nicht. Bin ich gerade blöd. Ah, okay. Ja, jetzt wüsste ich trotzdem nicht, wie das funktioniert. Agenda 3. Scherbe von, ja, Ikarai. Wo haben wir die denn? Wo haben wir die denn? Ja, schwierig. Ach, guck mal hier. Bitte Fortbewegung, geil. Ferbe von, ja, da habe ich sie gesehen. Was brauchen wir dafür? Kosten 15 Blower Blasen. Ja, was ist das? Ich weiß es nicht. Okay, wir können auf jeden Fall schon mal hier Positionen. Erhöhte Bewegung 1, das ist schon mal klasse. Ich weiß es nicht. So, das ist natürlich gut. Ähm. 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 Ach, guck mal, hier können wir auch noch hin. Egal, ich hole erst mal die Dinger hier. Irgendwas vergessen? Hm. Nee, das läuft. Hier wird hergestellt. Oh, ich guck mal, unsere Dörfer an. Da wird hergestellt. Da ist auch. Da ist auch. Hier läuft doch überall was. Weiß ich nicht. Moment. Okay. Oha, jetzt geht's los. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was er vorhat. Und verfolgen wir ihn einfach mal. Ähm. Wir gucken noch mal hier. Okay, wir sollten vielleicht überall mal so ein bisschen armeemäßig noch ein bisschen. Ratterei und Dämon. 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 Ratterei. Ratterei und Dämon. ja alles klar frieden ist immer gut tonne bocht dat no 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 m in de m hieronder Trau dir nicht. Oh, da sind noch mehr. Was? Okay, jetzt bin ich gespannt, was hier passiert. Das wäre eigentlich ziemlich cool mit dem Vorausplan. Wenn ich jetzt ein bisschen vorausschauender wäre, könnte ich bestimmt mehr reisen. Aber das bin ich nicht. Ähm, 87%. Mal kurz was gucken. Vielleicht sollte ich auch mal... Ja, wo sind die Dinge hin? Ja, okay. So. Ich glaube, mein Fehler wollte ich nicht. So, wir befinden uns hier irgendwo in der Wüste. Ey, Spion will ich ja nicht. Himmelsschwinge. Ne, wir haben gerade Frieden geschlossen. Ich finde, das ist nicht notwendig. Wie geht es eigentlich unserem Siedler? Neue Armee. Der Hammer. Weil der kommt jetzt... Wann ne, der muss da oben hin. Der muss hier neu gründen. Okay. So. So. Okay, der ist verschwunden. So, neue Stadt wieder. So, und was bauen die? Oh, Kanäle, was da sind? Mhm, mhm, mhm. Mhm. Ja, und ein Wachtturm, natürlich. So, die bauen auch noch genug, auch noch genug. Ähm, wir können es mit dem eigentlich noch ein bisschen fortbewegen hier. Eigentlich wären die mal dran, hier einen Siedler zu bauen. Dann können wir hart expandieren, so. Also, wir müssen weiter in die Richtung. Teret, um des Imperiums. Sehr schön. Ich brauche keinen Wachtturm hier. Wir sind so weit von den anderen hier entfernt. Also, wir sind so umkreist mit den anderen. Außer, die kommen jetzt über, äh, Wasserwege, was ich irgendwie nicht glaube. Oha, Thron des Imperators. Legendäres Gebäude. Geil. Ja, Gesamtpunktzahlen natürlich. Komm, wir sind überall ziemlich weit unten. Außer Bevölkerung schauen wir jetzt. Aber warum gar nicht? Klar, Industrie, Lust, auch recht weit unten. Ja. Müssen wir auch so ein bisschen hier mal. Sicherheit in unser Liebesland bringen. Suchen. Gehen wir mal zu denen hier. Oh, ich glaube, also, wenn wir da ein bisschen haben, dann stellen wir überall Einheiten her in Form von, ähm, Armeen. Und dann... Ah, gut, wir umkreisen hier gefühlt. Aber vielleicht nicht ganz. Ja, was passiert? Ah, du Rahn. Dann muss ich zurück. Das lasse ich doch nicht auf mir sitzen. Natürlich wird sie jetzt Winter. Natürlich. Also, wenn Sommer ist, habe ich die Stadt erreicht. Ich muss nicht gegen die Kämpfe auf dem Weg jetzt. Das muss nicht sein. Wir brauchen definitiv mehr Armeen. Soviel ist klar. Ja. Winter macht schnell vorbei. Oh, das Spiel hängt. Oha. Ich speichern? Ich speichern. Ich speichern. Reiterei ist fertig, irgendwo. Ich glaube, hier oben, ne? Oder war das hier? So. Hier nicht. Auch nicht. Auch nicht. Äh, wo haben wir denn was hergestellt? Der Reih ist fertig. Achso, nee. Ist das nächste? Okay, mein Fehler. Mit den Metallen auf Auriga stimmt etwas nicht. Die Preise gehen schnell sind drastisch gestiegen. 50 Prozent. Was? Hilft dabei, 100 Palladien zu sammeln. In Ruinen durchsuchst du siele Interaktion zählt am Ende mit 20 Resorten. Ja, toll. Wir haben ja schon die meisten hier. Okay, das wird nichts. Penner. Ja, hier war das, ne? Ja. Scheiß. Der Winter geht auch nicht vorbei. Müll. Der Winter geht auch nicht vorbei. Winter ist denn los. Ich steige jetzt erst die Stufe dann hin auf 8. Ja. Die Reiterei haben wir hier gleich fertig. Rum des Imperiums ist hier gleich fertig. Okay, hier haben wir schon eine Reiterei drin. Das ist gut. Noch nichts. Ähm. 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 Vielen Dank.